Ein amerikanischer Bradley-Schützenpanzer, von dem die Vereinigten Staaten Hunderte an die ukrainische Armee geliefert haben, wurde dabei gefilmt, wie er zwei russische Schützenpanzer im Osten der Ukraine zerstörte. Der Bradley, der von der 47. Brigade verwendet wurde, schaffte es, zwei russische Schützenpanzer außer Gefecht zu setzen, berichtete das ukrainische Verteidigungsministerium, wie Butz Plus berichtet. In dem von einer Drohne aufgenommenen Video sind die russischen Schützenpanzer zu sehen, die vom amerikanischen Bradley angegriffen werden, der Salven von Kugeln auf sie abfeuert und sie zerstört. Russische Soldaten, die sich in den Fahrzeugen befanden, sind zu sehen, wie sie schnell weglaufen, um der Explosion zu entkommen. Sie kriechen über das Feld, während ständig Kugeln über ihre Köpfe fliegen. Der Pentagon hatte die Lieferung von mehr als 300 Bradley-Schützenpanzern an die Ukraine genehmigt. Es handelt sich um einen Schützenpanzer mit einer 25 mm Kanone und einem 7,62 mm Maschinengewehr, das in einem Turm montiert ist und panzerbrechende Munition abfeuert.